Neandertaler jagten, vergewaltigten und aßen Menschen. Neandertaler waren nicht die sanften, fast menschlichen Wesen, die in den letzten 50 Jahren in den Medien dargestellt wurden. Neue australische Forschungen zeigen, dass es sich um aggressive, mächtige und erschreckende Fleischfresser handelte, rücksichtslose und effiziente Spitzenpredatoren, die über 50.000 Jahre lang frühe Menschen jagten, vergewaltigten und aßen. Die tägliche Ernährung des Neandertalers mit fast zwei Kilogramm Fleisch, das entspricht 16 Viertelpfünder, beinhaltete menschliches Fleisch. Basierend auf den Forschungsergebnissen hat der australische unabhängige Wissenschaftler Danny Vendramini die Neandertaler Prädationstheorie entwickelt, die argumentiert, dass die Evolution des modernen Menschen, einschließlich unserer einzigartigen Physiologie, Sexualität und menschlichen Natur, das Ergebnis einer Reaktion auf diese systematische langfristige Sexpredation und diesen Kannibalismus durch eurasische Neandertaler ist. Vendraminis bevorstehendes Buch mit dem Titel Them and Us, How Neandertal Prädation Created Modern Humans beschreibt, wie die menschliche Bevölkerung der Mittelmeer Levante, die Bevölkerung, von der jeder Mensch auf der Erde abstammt, durch die Neandertalraubung fast ausgelöscht wurde, bis es nur noch 50 Menschen in der Region gab. Er veranschaulicht, wie diese 50 Überlebenden die Menschheit vor der Vernichtung gerettet haben, indem sie sich in aggressive und räuberische Wesen verwandelten, die sich auf der ganzen Welt wehrten, alle Neandertaler auf ihrem Weg töteten und manchmal auch fraßen, sowie die neandertalisch aussehenden Hominiden, bis die Neandertaler selbst ausgestorben sind. Vendramini beschreibt diese globale Migration durch Europa, Afrika, Asien, Australien und Amerika als einen 20.000 Kilometer langen Blitzkrieg. Es endete erst, als diese hyperaggressiven Menschen, unsere Vorfahren, die Cro-Magnons, die einzigen noch lebenden Hominiden waren. Es war der erste Fall von Evolution durch Völkermord, sagt er. In Zusammenarbeit mit dem in Madrid ansässigen digitalen Bildhauer Arturo Balzero präsentiert Vendramini auf der Grundlage von 3D-Scans von Neandertaler-Schädeln und Knochen blutrünstige, computergenerierte Bilder, siehe unten, wie Neandertaler wirklich aussehen. Wir haben nicht nur den falschen Eindruck von der Natur und dem Verhalten der Neandertaler gehabt, argumentiert Vendramini, sondern wir haben auch sentimentale, anthropomorphe Bilder von ihnen erhalten. Neandertaler, sagt er, waren Primaten und hätten wie Primaten ausgesehen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie sauber rasiert waren mit hervorstehenden Nasen und lockigem Haar. Diese Kerle, sagt er, kamen aus dem gefrorenen Norden. Sie hatten flache, affenartige Nasen, große, nächtliche Augen, waren mit dickem Haar bedeckt und sechsmal stärker als der durchschnittliche Mensch. Es war kein schöner Anblick. Professor John Scheer von der Stony Brook University in New York ist von der Neandertaler Prädationstheorie begeistert. Er sammelt unzählige verschiedene wissenschaftliche Beweise, um Neandertaler als Spitzenpredatoren, sprichwörtliche Wölfe mit Messern, die wirksame Rivalen unserer Vorfahren waren, neu zu formen. Seine These fährt Scheer fort, dass viele physische, soziale und psychologische Eigenschaften, die heute als einzigartig menschlich angesehen werden, direkte Ergebnisse der Neandertalprämie auf unsere Vorfahren sind, das wird sicherlich Kontroversen in wissenschaftlichen Versammlungen, in Universitätsklassen und unter jeder Gruppe von Menschen auslösen, die sich wirklich für die menschliche Evolution interessieren. Während dieser Zeit verwandelten sie sich von einem stummen Allesfresser zu wilden, kannibalistischen Fleischfressern, gefürchtete Raubtiere des Mittelpaleolitikums. Schließlich wurden sie zum Spitzenpredator Europas, der an der Spitze der Nahrungskette stand, und alles andere, einschließlich der Menschen, denen sie im Nahen Osten begegnet sind, wurde zu ihrer Beute. Dieses neue Porträt unserer engsten Verwandten der Hominiden ist der Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Evolution. So stellen Wissenschaftler und Medien Neandertaler dar, die so menschenähnlich aussehen, dass sie überhaupt nicht auffallen würden, wenn sie in einem Bistro in der Fifth Avenue einen Cappuccino schlürfen. Aber Vendramini zeigt, dass sie nicht so aussehen. Diese Rekonstruktionen sind anthropomorphe Fantasien, die von Künstlern konzipiert, aber nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse unterstützt werden. Um eine wissenschaftlich genauere Rekonstruktion zu erstellen, beauftragte Danny Vendramini den renommierten digitalen Bildhauer Arturo Balzairo, der einen Neandertaler-Schädel mit dem Laser scannte und dann die NP-Theorie und die neueste Computertechnologie einsetzte, um eine neue Rekonstruktion zu erstellen. Die Neubewertung der Verhaltensökologie des Neandertalers durch den Evolutionsforscher Danny Vendramini hat zu erstaunlichen neuen Erkenntnissen darüber geführt, wie Neandertaler wirklich aussahen. Er beginnt damit zu zeigen, wie der Anthropomorphismus, unsere Neigung, Neandertaler wie uns selbst zu sehen, das westliche Denken über alles, was mit Neandertaler zu tun hat, verwischt hat. Vendramini sagt, dass Gesichtsrekonstruktionen für den Menschen sehr gut funktionieren, aber das liegt daran, dass wir die Form, Textur und dickere unserer Gesichtsweichteile kennen. Forensische Rekonstruktionen sind für den Menschen in Ordnung, aber wenn menschliche Merkmale und Texturen und Dimensionen verwendet werden, um Neandertaler-Gesichter nachzubilden, sind sie zwangsläufig falsch. Schließlich würden sie niemals menschliche Gesichtsmaße und Texturen verwenden, um die Gesichter von Schimpansen, Gorillas oder anderen nichtmenschlichen Primaten nachzubilden. Vendramini erklärt, dass Schimpansen und andere Primaten eine bessere Vorlage für die Rekonstruktion der Gesichtszüge des Neandertalers darstellen. Er argumentiert, dass die Schädel des Menschen so grundlegend unterschiedlich sind, dass sie nicht als Vorlage für neandertalische Gesichtsrekonstruktionen verwendet werden sollten. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Neandertaler und Menschenschädeln ist die Größe der Augen. Vendramini zeigt, dass die optischen Bahnen, die Augenhöhlen des Neandertalers, wesentlich größer waren als beim Mensch. Er vermutet, dass Neandertaler diese extra großen Augen entwickelt haben, weil sie, wie die meisten Säugetiere, Raubtiere, nachtaktive Jäger waren. Die Augen der Neandertaler waren nicht nur etwa 20% größer als die des Menschen, sie waren auch höher im Schädel als unsere, wo unsere Stirn ist. Eine Illustration aus Them and Us zeigt, dass der Schädel eines Neandertalers perfekt in das Profil eines Schimpansen passt, was darauf hindeutet, dass Neandertaler, zumindest im Profil, eher wie nichtmenschliche Primaten aussehen, als wie ein moderner Mensch. Schlitzförmige Pupillen eignen sich besser für die Augen von nachtaktiven Primaten, im Bild rechts, da sie sich enger schließen lassen und so Schäden an ihren hochempfindlichen Augen durch starkes Sonnenlicht vermeiden. Die NP-Theorie argumentiert, dass die Neandertaler wie moderne nächtliche Raubtiere schlitzförmige Pupillen hatten, um sie vor Schneeblindheit zu schützen. Mit ihren robusten Skeletten und ihrer schweren Muskulatur waren die Neandertaler schätzungsweise sechsmal stärker als der Mensch. Nach Vendramini glich die Neandertaler Muskulatur eher Gorillas als Menschen. Wenn sie durch diese Bilder beunruhigt wurden, gibt es einen guten Grund dafür. Wie andere Beutetiere hat auch der Mensch die angeborene Fähigkeit, unser natürliches Raubtier zu erkennen. Wie sich Neandertaler angefühlt haben, ist in unseren Genen fest verankert. Die Neandertaler-Raubtier-Zügel waren so traumatisch, dass sie auch 28.000 Jahre nach dem Verschwinden des letzten Neandertalers noch immer unsere Ängste auslösen können.